Shiro Tsuri Omosago, weiblich, 40 cm, sehr schöne Hautqualität. Der Sumi ist gerade am Ausbilden, also das kommt gerade hoch. Wird interessante Zeichnungen kriegen, also Motogura und beiden Flossen, also für mich wäre das ein super Shiro. Ich hoffe man sieht es, aber ich denke schon. Bei Interesse könnt ihr euch melden. Wachstumshelterung bis nächstes Jahr kein Problem, da haben die so 45-50 cm Mai. Die haben ein anständiges Becken, guten Filter, gegen viel Wasseraustausch, also werden gut verseucht.